Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2021. Wir versuchen es heute besser zu machen als in der letzten Folge. Das war... wir wollen nicht drüber reden. War doof. War doof, wir müssen heute gegen Atalanta spielen. Die sind momentan auf 10. Ich hoffe, die sind nicht doof. Also, je nachdem. Also für uns doof. Haben Kaspar Dolberg vorne drin. Mal schauen, wie das so wird. So habe ich aufgestellt, der Regini feiert heute sein Startelf-Debüt. Weil ich momentan von Giusis und auch von Velardy nicht so überzeugt bin. Da möchte ich Regini mal die Chance geben, der ja in der U20 gut gespielt hat. Alouz spielt rechts hinten, obwohl er nicht ganz so fit ist. Medas hat zwei Elfmeter gegen Juve verschuldet, bleibt aber trotzdem drin. Und Mancini macht heute den Sechser. Da bin ich auch sehr gespannt, wie der damit so klarkommt. Gibt noch eine Rücknummer für Rosario Titone, der heute mitkommt auf die Bank, weil er der einzige Sechser im Verein ist, der fit ist. Und dann mal schauen, wie es so gegen Atalanta läuft. Momentan unsere... Ups, das ist ja fast schiefgegangen. Momentan ist unsere Moral halt ein bisschen im Keller, nachdem wir jetzt drei Niederlagen in Folge hatten. Ja, das können wir alles schön wieder wettmachen, wenn wir jetzt gegen Atalanta gut spielen und gewinnen. Dann haben wir unter anderem noch Lucas Torreira auf der Sechs. Amado Diavara hat man. Gagliardini, auch interessant. Isma Yassar ist auf rechts offensiv. Und Dolberg mit dem Freistoß, der zum Glück Amthor vorbeigeht. Das wird natürlich hier auf jeden Fall kein gutes Spiel von uns werden, einfach nur weil die Moral so krass im Keller ist, leider. Nur ich hoffe, dass wir irgendwie quasi durchkommen. Paulersbeck auf der Bank. Dubois auf der Bank. Sunic ist noch dabei. Und Pedro de la Vega. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal auf der Shortlist. So, Meras schon mal mit dem Einwurf. Und Jonasson geht einfach weg vom Ball. Mancini muss aufpassen, hat schon gelb. So, Isma Yassar auf der rechten Seite gegen Meras. Kommt nicht ganz ran. Diavara nochmal zurück auf Sar. Das war jetzt etwas besser von Meras. Geben wir den Ball auch zum zweiten Mal. Jetzt muss der Aufbau stimmen. Und der stimmt leider überhaupt nicht, weil der Ball super blöd ist. Ach, guter Ball. Mann, ja, das ist jetzt nur wirklich ein Elfmeter. Anders als gegen Juve gibt es hier, glaube ich, keine Diskussion. Meine Güte. Ja, das ist halt das Schlimme dieses Jahr im FM. Auch letztes Jahr schon. Die Form ist viel zu krass. Wenn du gut bist und das Spiel gewinnst, gewinnst du alles. Und wenn du verlierst, verlierst du alles. Ach, erstes Saisontor natürlich von Isma Yassar. Absoluter vollidioten Elfmeter von Alou Slider. Der bisher echt stark war. Nur das war jetzt leider sehr schlecht. Und wir laufen mal wieder in einem Rückstand hinterher, wie auch die letzte Partie. Atalanta, ja. Momentan leider komplett in Kontrolle. Jungs, was ist das? Das ist kein Fußball. Das ist einfach kein Fußball. Jonasson geht. Nikoli kommt rein. Unsere einzige Änderung zur Halbzeit. Hat auch gleich richtig gute Körpersprache der Nikoli. Ängstlich. GG. So, Halluz. Einwurf auf Chilomensky. Der kommt zum Glück an. Ranocchia ist eng da. Regini auf Chilomensky. Und dann haben wir das Glück, dass der Ball durchgeht. Chilomensky mit dem 1 zu 1. Hat der Keeper nicht mitgerechnet. Ich auch nicht. Ich glaube gar keiner auf dem Feld. Ja, Flagge ist nicht abgefälscht. Buonacasa ist halt ganz, ganz knapp vor dem Ball. Deswegen denkt Karnesecki wahrscheinlich, dass der Kollege Buonacasa mit dem Kopf rangeht. Hat aber auch gar keine Anstalten gemacht, überhaupt mit dem Kopf ranzugehen. Torredas Freistoß ist sehr gefährlich. Und Tadekone entschärft diesen Kullerball von Luperto, dem Innenverteidiger von Atalanta Bergamo. Buonacasa war auch zuletzt echt schlecht. Gipaune kommt jetzt mal rein. Je nachdem, wie diese Szene ausgeht. Schöner Ball von Netkov auf Alus. Flanke mit rechts. Buonacasa scheitert unter Nikoli. Mit dem Abstauber. Ja, okay. Buonacasa darf noch ein bisschen drinbleiben. 2-1 Spiel erstmal gedreht. Ist ja leider noch ein bisschen zu spielen hier. Alus setzt sich durch. Macht durch diesen guten Ball eigentlich auch den Fehler, der zum Elfmeter führte, wieder wett. Aber jetzt gibt es gleich die nächste Chance. Torreira auf De La Vega. Viel Platz unten für Pessina. Torreiras Flanke. Und dann ist das Glück abseits. Der Scagliadini zu unserem Glück zu früh losgelaufen. Alles richtig. Hatten glaube ich auch hier schon sehr gut gesehen. Ich habe auf den Falschen geachtet, aber der war trotzdem im Absatz. Holding hatte ich erst im Glück. 68 Minuten sind um. Jetzt ein 3-1 würde Atalanta endgültig besiegen, denke ich. Aber wird schwierig. Netkov und Burtz wissen nicht so ganz wohin. Mancini leider auch nicht. Jetzt vielleicht mal... Ach, nee, nee. Das war nichts. Merasch muss aufpassen mit seiner gelben Karte gegen Ismail Assar. Genau deswegen. Genau deswegen. Und jetzt gibt es schon wieder Gelb-Rot. Ach, Merasch. Nee, ey. Ja, da geht dann Regini raus. Und wir gehen auf den 4-4-1. Meine Güte, Jungs. Ach, Gott, ey. Ich meine, hier ist noch nichts verloren. Aber gerade, weil einige heute wieder nicht so gut spielen. Unter anderem halt Mancini und der hat auch schon Gelb. Das ist ein fieses Ding. Der darf halt nicht sitzen. Sitzt da zum Glück auch nicht. Ja, schwierig. Also Mancini müsste raus und Alus müsste raus. Wir haben aber nur noch einen Wechsel. Wir werden jetzt auf Zeitspiel gehen. Mancini wäre eigentlich schon wichtiger, dass wir den rausnehmen, weil wirklich schlecht und kaum noch Kondition. Alus ist aber ebenso. Eigentlich sind beide auf ähnlichem Level vom Auswechslungsgrad. Titone ist risky. Dann auch nie ein Profispiel gemacht. Aber ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm. Er hat definitiv keine guten Werte. Hat auch kein Talent. Aber ich vertraue ihm, dass er jetzt keinen Mist macht. So, Chilimensky. Ja, zieh mal ein bisschen an. Macht er gut. Macht er sehr gut. Sehr stark gespielt. Buona Casa, das war leider sehr blöd. Weil er jetzt auch den Konter einleitet. Pessina alleine jetzt im 16er für Atalanta erst mal. Kein Elfmeter. Ball ist auch sehr heiß. Dupertos, Flanke und dann ist es Saar, der im Absatz steht zum Glück. Anscheinend. Ich habe es nicht genau gesehen. Ich werde erst mal das Hinterlaufen links wegnehmen. Tempo ein bisschen niedriger stellen. Sechs Minuten noch. Tor wird überprüft. Ich hatte das jetzt letztes Mal das erste Mal, dass ein Tor gegeben wird. in zigtausend Spielstunden. Und jetzt das zweite Mal. Wow. Das war Tito. Der altbekannte Tito, der nicht hoch geht. Und dann wird das Tor echt gegeben. Oh. Wow. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich hatte letztes das erste Mal in dieses Jahr in 700 Spielstunden, ja. Dass ein Tor gegeben wurde bei so einer Szene. Und jetzt schon wieder. Meine Güte. 700 Spielstunden und es war zweimal Tor gegeben und jetzt natürlich gegen uns. Und wir dürfen uns bei Meras bedanken, der gelb-rot gesehen hat. 6 Minuten Nachspielzeit. Ich werde mal auf Offensiv gehen. Ich glaube, ich habe etwas Falsches geklickt. Ich habe auszusehen doppelt geklickt. Ach Gott, ey. Ich möchte kotzen. So, Alus. Da ist Tito. Und die Leute auch schon gelb. Buona Casa. Solider Ball, aber wird nichts. Zu naiv rangegangen. Und jetzt gibt es sogar noch mal den Konter für Atalanta. Wir gehen nicht ran. Und wir pennen und kassieren. Danke, Meras. Danke. Super nice. Super nice. Ist das eine dumme Mannschaft aktuell, leider. 96. Ey, wie viele Gegentore wir halt in der letzten Sekunde kassieren. ist halt absolut traurig und lächerlich aktuell. Vier Niederlagen in Folge. Wow. So, können wieder ein bisschen Gehalt einsparen, weil die Jungs momentan wirklich allesamt extrem schlecht spielen. es ist unfassbar. Ich hätte jetzt wissen müssen, Kona hat seine Strafe akzeptiert, da geht nichts nach oben. Alus ist die Einsatzfeuer hochgegangen. Jonasson mal wieder sehr schlecht. ist die Einsatzfeuer hochgegangen und Tito auch mal wieder sehr schlecht defensiv ist die Einsatzfeuer auch hochgegangen. Genial. Ja, wir haben jetzt erstmal Länderspielpause. Ich mache mal einen Cut und wir sehen uns im Bologna-Spiel wieder. So, da sind wir wieder und hoffentlich läuft es jetzt etwas besser gegen Bologna. Ja, die sind momentan auf äh elf. Aber gut, ist momentan eh wurscht, weil wir kennen ja alle den FM leider mittlerweile. Das ist jetzt einfach nur eine Sache von Glück, dass wir dieses Spiel gewinnen oder halt positiv bestreiten, weil ja die Form viel zu OP ist. Aber egal, wir versuchen trotzdem zu gewinnen, ganz klar. Egal was, was ist. Ich habe schon umgestellt. Tito kommt rein, Nicoli kommt rein, Calvano kommt rein. Ich glaube, das sind die Änderungen, die ich reingemacht habe. Giusos kommt noch rein. Und dann hoffen wir mal, dass es jetzt besser läuft. Bologna ist bei weitem kein starker Gegner. Aber gerade in der aktuellen Form ist für uns eigentlich jeder Gegner ein riesiger Brocken. So läuft es einfach im FM. Aber egal. Hoffen wir einfach auf das Beste. Ein frühes Tor würde natürlich extrem helfen und würde uns eigentlich schon fast den Sieg ebnen, denke ich. Alus, nochmal zurück am besten. Oder so, geht doch. Buona Casa. Das ist halt das, was du brauchst in der Phase. Weil entweder du brauchst halt einen wirklich sehr glücklichen Sieg oder einen Gegner, der wirklich sehr, sehr schlecht ist, um diese Negativform zu beenden, weil ansonsten wird das nichts im FM dieses Jahr. oder du brauchst halt ein frühes Gegentor und kannst dann den Gegner versuchen zu dominieren. Und das werden wir ab jetzt versuchen zu machen. Sehr wichtig. Wir werden aber auf jeden Fall noch ein Gegentor kassieren, vor allem weil irgendjemand hinten Mist machen wird. Dieses Mal müssen wir halt darauf achten, dass wir keine gelben Karten kassieren oder keine gelb-roten Karten kassieren. Deswegen werde ich auch mehr in die Zweikämpfe rausnehmen. Oder mehr in die Zweikämpfe gehen rausnehmen. Weil jetzt eine rote Karte würde wieder zu viel Arbeit machen. Sonst habe ich null Probleme mit roten Karten, weil es halt zu einfach ist. Tito holt sich die erste gelbe Karte. Ist einer der Kandidaten, die blöd genug sind, sich eine gelb-rote zu holen. Alou ist leider auch. Bei ihm kann ich das noch nicht so ganz einschätzen, ob das vielleicht ein Einzelfall war. Nikoli mit einer 6,5 ist der Einzige, der so ein bisschen abfällt mit Tito auf der linken Seite. Also auf der linken Seite könnten wir demnächst schon mal ein bisschen was ändern. Bonacasa hat was abbekommen, Fertung der Oberschenkel-Rückseite. Ich meine, Japano ist mittlerweile wieder komplett fit. Der könnte auch rein. Auch Alou hat was abbekommen, meine Güte. Und wir haben leider ein Eckball gegen uns. Yago auf Mari und zum Glück geht der Ball darüber. Knöchelprellung bei Alou. Wir haben die Halbzeit. Jungs nicht auf die faule Haut legen, muss man ja immer wieder sagen. Dann kommt Almici rein für Alou. Und bei den anderen warte ich noch. Nikoli muss auf jeden Fall raus, aber so viele müssen gerade raus. Tito müsste raus, Alou, äh, Quatsch, nicht Alou. Tito müsste raus, dann müsste Nikoli raus. und Buena Casa wegen seiner Verletzung. Konter Chance, die sehr gut aussieht. Da fehlt Tito und Dominguez mit einem schlechten Abschluss. Werden wir zurück auf kontrolliert gehen. So, Nikoli geht, dafür kommt Zutino, während wir nochmal einen Einwurf auf der linken Seite haben, den Tito zum Gegner wirft. Ball ist noch heiß. Kalvano, schöner Ball und Schiedemenski, Dankeschön, 2-0. Ganz wichtig wieder. Einwurf war mal wieder super Mist. Ball kommt dann irgendwie gefährlicher durch. Kalvano dann mit der Übersicht. Keeper sieht schlecht aus, aber beschwere ich mich nicht. Sehr schön. Brauchen aber drei Tore auf jeden Fall, um hier safe zu sein. Auf links hätten wir momentan nichts zum Einwechseln, weil Medash ja das war knapp gesperrt ist, glaube ich. Ja, ja. Almichi können wir auch nicht reinpacken, weil er schon All Lose ersetzt. Also müssen wir eigentlich einfach hoffen, dass Tito sich zusammenreißt, aber die Hoffnung habe ich ehrlich gesagt nicht. Mancini kommt rein auf der Linksverteidigerposition. Für die paar Minuten wird er das können. Hat ja auch sehr ausgeglichene Werte als ZM. Von daher sollte das passen. Generell sieht es gut aus. Ich werde trotzdem nochmal Zeitspiel reinklatschen, damit das hier wirklich safe ist. Und dann haben wir unseren Sieg. Zum Glück. Zum Glück. Ja, und jetzt müssen wir halt nur noch einen Sieg holen und dann haben wir wieder einen guten Offensivrun, äh, was ist jetzt guten Offensivrun, einen guten positiven Run und werden wahrscheinlich wieder vier Spiele in Folge oder so gewinnen. So ist es halt einfach im FM. Ich finde es echt schade, dass es so ist. Weiß nicht, warum man sich da so an FIFA herangenähert hat, dass man da so viel Bullshit quasi hat. Ich weiß nicht, ob es so gewollt ist, ich kann es mir aber ziemlich vorstellen, weil durch die Lizenzierung der Bundesliga hat man sich ja schon erhofft, dass man sehr viele neue Fans dazu bekommt und generell ist die Popularität des FMs ja die letzten Jahre sehr nach oben gegangen. Was mich natürlich teilweise freut, das Problem ist, der FM war noch nie ein Spiel für Casuals und sie gehen in diese Schiene da durch, dass du halt durch einfachste Sachen eine komplette Saison halt ohne Niederlage bleiben kannst. Ich meine, dass wir da den direkten Durchmarsch geschafft haben aus der dritten Liga ist absoluter Schwachsinn. Sorry, aber ist einfach so. Und dass wir letztes Jahr halt schon fast international gespielt hat neben so. Es ist einfach so, wenn sie es halt wollen, dass die Casuals das Spiel gerne machen, dann sollen sie halt einen Light Mode machen oder halt einen Schwierigkeitsgrad für Beginner, aber die Komplexität des FMs, die würde ich gerne behalten und die geht die letzten zwei Jahre schon sehr weg, weil alleine, dass ich halt eine komplette oder ja doch eine komplette Karriere mit der gleichen Taktik spielen kann, ohne dass da jemand was machen kann und dann ist die Taktik halt ein simples 4-2-3-1, das darf halt so nicht passieren, passiert aber leider und nimmt halt auch viel Spielspaß. Also ich habe trotzdem Spaß am FM, aber es ist leider aus den anderen Gründen, also ich habe super viel Spaß daran, Spieler zu entwickeln, zu sehen, wie die halt krass wären, aber ich hätte halt auch gerne Spaß daran, neue Taktiken zu kreieren, zu schauen, wie ich halt immer besser werden kann und halt auf Gegner reagiere, die halt auch mal andere Taktiken spielen oder halt andere Spielweisen spielen, aber es ist halt relativ oft das gleiche dieses Jahr, gerade dieses Jahr ist es relativ schlimm, finde ich, vor allem, wenn du bedenkst, wie oft es halt wirklich vorkommt dieses Jahr, dass dein Gegner einen Schuss aufs Tor hat und der ist natürlich drinne. Das ist halt auch schon wieder so ein FIFA-Ding, ich weiß nicht, warum, klar passiert es auch ab und zu mal in echt, aber es passiert ja wirklich regelmäßig, vor allem, wenn du wirklich ein sehr, sehr gutes Team hast und jedes Spiel dominierst, dann hat dein Gegner wirklich meistens einen Schuss aufs Tor und macht ihn rein. ich weiß nicht, ob das nur bei mir und bei Dave so ist, weil bei uns fällt das, wir hatten gestern erst das Thema, bei uns fällt das halt so krass auf, wie oft das halt passiert, also jedes zweite oder dritte Spiel und ja, ich weiß nicht, warum, aber ich denke mal wirklich, um halt das Spiel ansprechender für die Casual-Gamer zu machen, was nicht verwerflich ist, für Sports Interactive würde sich das halt lohnen oder für Sega, wenn das Spiel mehr verkauft wird, logischerweise, aber die dürfen sich halt nicht die Core-Fanbase kaputt machen und die Core-Fanbase findet das Spiel halt viel zu einfach, denke ich, von dem, was man so liest und wenn sich das sich schnell ändert, dann werden viele keinen Bock mehr haben. Ich kenne jetzt schon die ersten, die keinen Bock mehr auf den FM haben, einfach weil es zu langweilig ist und zu viele einfache Sachen gibt, die dann den Spielspaß halt beeinträchtigen und ich weiß nicht, ob ich, wenn der FM so wie er jetzt ist, nächstes Jahr ist, ob ich dann so drauf Bock habe, wieder so viel zu spielen. Das ist halt das Problem leider. Ich meine, ich habe jetzt 700 Spielstunden in diesem FM, in meinem privaten Safe, wo uns immer weniger, weil es einfach viel zu einfach war. Die Einzigen oder die Spielstunden, die häufen sich halt wirklich an, weil ich abends immer mit den Brodies im Discord hänge und halt während dem Labern FM im Online-Safe spiele. Wir könnten auch was anderes spielen, nur FM ist halt chillig. Das ist halt das Problem. Ich meine, ich will mich nicht die ganze Zeit darüber aufregen, dass das Spiel zu einfach und so weiter ist. Ich meine, man könnte sich das auch schwieriger machen, klar, aber warum muss ich jetzt hier irgendwie krasse Regeln für mich erfinden, damit der FM schwieriger wird, wenn der FM einfach selbst von sich aus schwieriger sein könnte. Das ist halt dann meine Herangehensweise. Klar werde ich wahrscheinlich, was ich ja schon gesagt habe, dieses Jahr noch ein paar andere Taktiken ausprobieren, damit wir nicht dieses OP 4-2-1-Spielen, nur, ja, warum, warum muss ich das machen? So, Michi kommt rein für er los. Ja, warum soll ich das machen? Miraj kommt auch mit. Kommt auch gleich rein. Weil, was ist, wenn ich jetzt halt, ich will halt ein sehr hohes Pressing spielen, das ist halt meine Fußballphilosophie. Und warum ist das jetzt OP? Ja, weil der FM so ist. 4-2-1-Spiel ist da jetzt wirklich zweitrangig, es passt halt nur am besten. Ja, es ist, es ist doof. Ich hoffe einfach, dass man da nächstes Jahr einen guten Schritt macht in der Gegnerkriege, sehr stark gespielt von Ranokia und von Buenacasa. Wie gesagt, es macht mir trotzdem Spaß, nur ich weiß nicht, ob das noch so lange so geht, wenn der FM nächstes Jahr genauso ist. Und ich glaube, da einen separaten Schwierigkeitsgrad zu machen für die Beginner wäre schon die beste Variante war, das war sehr knapp. Weil die ganze Komplexität von sich aus im FM, weil es halt so extrem viele Menüs und so weiter gibt, die kriegst du nicht raus. Die jetzt zu entfernen nur für die Casual Gamer, das wäre absoluter Unsinn und das würde das Spiel wirklich kaputt machen, wenn sie da jetzt rausnehmen, dass du da und da was nachgucken kannst und irgendwie die Werte verändern würden. Jungs, ihr könnt da auch einfach ruhig mal rangehen. Am besten wäre es wirklich, nehmt die Spieler an die Hand, macht von mir aus den Gegner schwächer oder gibt irgendwie eine Option für wie klug soll die KI sein von mir aus 1 bis 10. Aber lasst das dann separat, weil jetzt das Spiel weiter ab ja sagen wir mal dummen für Casual Gamer das würde das Ende vom FM bedeuten. Casual Gamer sind nicht die Spieler die sich das Spiel jedes Jahr kaufen und den FM damit quasi am Leben halten. Das sind halt die Spieler die wie ich 700 Spielstunden haben, die das Spiel sogar auf Steam vorbestellen, obwohl es halt 20 Euro teurer ist als beim Key Reseller. Einfach nur, weil ich weiß, dass ich das so viel Zeit reinballern werde. Da müssen sie halt wirklich was machen. Und wie gesagt, warum muss ich das Spiel für mich schwieriger machen? Durch sagen, ich mache das und das nicht, weil es OP ist, ich mache das und das nicht, weil es OP ist, ich muss das machen, damit es ein bisschen schwieriger ist, ich muss mir eine Regel auferlegen, weil die ganzen ausländischen Talente halt alle viel billiger sind als die inländischen. Klar kann ich das machen und dadurch schwieriger machen, aber trotzdem kann man sich immer noch beschweren darüber. So, ich beschwere mich auch so ein bisschen über die Leistung meiner Mannschaft, die aufgehört hat, nach dem 1-0 Fußball zu spielen. Würde Sinn machen, gleich mal ein bisschen auf den Außenbahnen zu wechseln. Schilewenski und Nikoli heute nicht so gut. Lukas Mura ist bei Kalleri gar nicht gemerkt. Ach, Glück, weil Medaschnich rangeht an Mura, die Flanke ist perfekt und dann ist es die Latte, die uns hilft. So, ich werde mal kurz wechseln, aber das war bisher gar nichts. Dann kommt Tino rein für Nikoli. Ich würde gerne ein bisschen enger spielen, weil Kalleri breit spielt und ich glaube die Außenverteidiger werden dadurch auch breit spielen. Medasch mit einer 6-4, Chilewenski 6-5, die müssen sich noch pushen. Ich werde mal Geuses auf ein offensiven Mittelfeldspieler auf Unterstützung machen und dann noch Chilewenski auf Angreifen packen. Damit ich so eine Art mehr ins 4-3-3-3 gehe, dass sich Geuses ein bisschen mehr fallen lässt und Chilewenski dabei ein bisschen mehr nach vorne geht. So, Buona Casa, schwierig von da, haben sie aber sehr, sehr gut gelöst. So, Chilewenski, Buona Casa ist schon in der Mitte, Chilewenski bleibt erstmal hängen und Geuses sprintet hin und hechtet hin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es den Elfmeter gibt, aber ich glaube schon. Schwierig von den Animationen, die wir haben, zu beurteilen, aber es gibt den Elfmeter. Geuses ist einfach hingehechtet und jetzt hat Buona Casa die Chance auf 2-0 zu erhöhen und macht das auch. Sehr schön. Zu dem Zeitpunkt unverdient finde ich, der Spielverlauf ging eher in Richtung Cagliari Calcio, aber muss man auch erstmal hinbekommen. Sehr schön. Und das Hechten von Dios ist unglaublich. Mirage 6-3, also bisher überzeugte nicht. Gut möglich, dass wir dann die nächsten paar Spiele schon Kavianka sehen. So wie wir es jetzt schon mit Regini gemacht haben. Schöner Ball, Totino bleibt leider hängen. Hätte lieber schießen sollen anstatt passen, aber hinterher ist man immer schlauer. Oben ist viel Platz für Merage. Schade. Aber passt zu seiner Leistung, dass er den dann auch nicht macht. Wir können Cilemenski auswechseln für Busaku. Könnte Sinn machen. Könnte auch Sinn machen vielleicht auf der 10 zu wechseln. Da würde ich dann aber nicht Regini reinnehmen, weil er gerade U20 gespielt hat. Oder halt wirklich Tito für Meras. Wobei Meras hoffentlich defensiv etwas stärker ist. Oh, da sind wir rausgerückt, warum auch immer ein Esposito macht. Den Anschlusstreffer und jetzt wird es nochmal sehr gefährlich, weil wir sind noch nicht in einem Offensive Run, äh, in einem positiven Run, in einem Sieg Run, wie auch immer. Und deswegen können wir dieses Spiel auf jeden Fall noch verlieren. Lorenzo Tassi hat sich verletzt, aber Cagliari kann immer noch wechseln. So, Zeitspiel ist drin, wir sind auf kontrolliert zurückgegangen. 4, 2, 3, 1 jetzt bei Cagliari, ich werde wechseln und werde Velardi reinbringen für Giusis. Meras, ja, schwierig, Almici allerdings auch, beide schlechte Noten. Es gibt 6 Minuten Nachspielzeit, puh. Ne, ich werde nicht mehr wechseln. Shiri? 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 Holy shit! Wie lange ging das Spiel jetzt gerade? Wir hatten irgendwie gerade die 99. Minute, alter! Das war nichts, Jungs. Ihr habt gewonnen, aber das war absolut gar nichts. Gut, dass wir es alle annehmen. Wow, wie lange ging denn das Spiel jetzt bitte gerade? Eieieiei, Meras, vier bis fünf Tage mit einer Knieverdrehung draußen. Damit fällt er in der vierten Quali-Runde der Coppa Italia aus, aber das ist nicht so schlimm. Ja gut, haben wir unseren Negativ-Run beendet, sind jetzt hoffentlich auf einem positiven Run, aber doch, die nächsten Gegner könnten es hergeben. Mal schauen. Das Sudo ist auf eins, Inter ist auf zwei, Inter immer noch ohne Niederlage, das gleich für Lazio und Milan. Wow, das ist krass. Und wir müssen mal schauen, wie es so weitergeht in der nächsten Folge. Spezia, da sollten wir glaube ich weiterkommen, auch wenn wir rotieren werden. Brescia sollten wir besiegen können, die sind momentan auf elf, das ist solide, aber war Bologna halt auch. Und dann haben wir Empoli, die sind ganz, 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 ganz unten mit aktuell nur vier Punkten. Pescara ist auch nicht viel besser, die haben sechs Punkte und Kivo Verona ist auf sieben. Also die nächsten fünf Spiele sollten wir eigentlich alle gewinnen. Und jetzt haben wir unseren Run hoffentlich wieder, die Form wieder, die ja so OP ist im FM dieses Jahr, so wie die letzten zwei Jahre jetzt. Und schauen wir mal. Und hoffentlich geht es dann auch wieder ein bisschen positiver, weil, gut, jetzt haben wir halt gewonnen, aber die Spiele waren halt echt nicht schön anzusehen. Ich hoffe, da geht noch mehr. Und so langsam könnten wir uns dann auch schon mal darauf konzentrieren, vielleicht auch was im Winter zu machen. Ich denke da gerade so an einen Rechtsverteidiger, der schon jung ist, der dann Almici ersetzen wird in der nächsten Sommerphase. Aber mal schauen, ist noch ein bisschen hin, ich werde mal ein paar Gedanken machen, was wir so in Sachen Kaderplanung machen können. Seht uns dann bei der nächsten Folge am Mittwoch wieder. Und dann hoffentlich wieder alles schön, alles positiv, alles toll. Und ohne halt irgendeine blöde Niederlage oder bitte auch keinen Elfmeter, den wir blöd verschulden. Also bis dahin, tschö.